Radio SAW. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Was so viel heißt wie Cheerio. Prost. Hoch die Krüge. Mushering dumma doo dumma da. Whack for my daddy-o. Es ist Whisky im Krug. Es ist Whisky im Becher. Ich nahm ihm all sein Geld ab. Es war ein schöner Batzen. Und ich nahm es ihm und brachte es heim zu Molly. Sie gelobte mich zu lieben und niemals zu verlassen. Aber der Teufel soll sie holen. Denn, wie man weiß, hat sie mich ganz leicht ausgetrickst. Betrunken und total erschöpft ging ich in Mollys Zimmer. Ich hatte mein Geld dabei und ahnte nicht die Gefahr. Denn ungefähr um sechs oder sieben kam Hauptmann Pharrell herein. Ich sprang auf, feuerte meine Pistolen ab, schoss auf ihn mit beiden Läufen. Ich ließ mich mit Whisky volllaufen. Und ich liebe meine Molly. Aber jetzt sitze ich im Gefängnis mit einer Kette und einer Kugel daran. Die hat man mir verpasst. Ihr verpasst gar nichts, wenn ihr das nochmal wollt. Einfach radio-saw.de. In unserer Mediathek gibt's Whisky in the Jar. Nicht nur im Krug, sondern immer und immer wieder. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Nur hier auf radio-saw. Superhits fürs S.A.W. Land. S.A.W. Land.